Wieso stehen die alle noch? Ah! Ah! Es gibt zu viele! Aber sie müssen weitergehen! Ich wollte meine Energie für ihren Liedern schützen, aber sie müssen meine Lagerung aufbauen! Keine Ahnung! Ich habe Jahre zu trainieren, King of Zama! Junama? Sie ist noch da! Oder wieder! Da hat sich jemand anderes überlegt, was hast du denn für Waffen? Die sehen ja spannend aus! Okay! Ich glaube, wir haben noch Unterstützung! Und zwar ziemlich gute! Die Dame hat es drauf! Das hat auf jeden Fall Stil! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Der ist doch endlich! Das ist doch kein Liedern! Hahahaha! Boh... Hahahaha! Apparently, they are already in the palace! yes i'm so worried about erin and the people of zama they spoke about the reno you must have felt the zara yourself as well if it's who we think it is what do you plan to do i don't understand what's going on in his head but i will act as the king of zama should his aureon is passing more intensely than yours don't let your guard down whatever you do you've never confronted any other aureonics except me aren't you coming with me i was counting on you to lead the zamians to safety i told you i'm not the king of zama and i'm not here to defend your city my debt to your father father nabi is paid now that you've ascended the throne the throne so why are you here why don't you help me if zama means nothing to you help you i wasn't trying to help you those soldiers attacked me when i was getting out of the city to go on my way i thought the palace was safe before then i felt the aureonic vibrations inside and realized it wasn't after all the years you lived among us you're leaving us when we need your help the most i don't feel i owe you anything i trained you all these years so you could handle this kind of situation yourself i don't understand but the most urgent thing right now is to save aaron and the zamians i'm disappointed in you juu this cowardliness isn't like you after this fight's over we need to have a little talk together go and grow strong i'll cover your rear son of the old age her is on our side even if she is unknowingly today once again man will dance the dance of death nabi it seems the answer i thought was not in zama namayori the bawanga hummingbird so the rumor was true you were in zama we're going to capture you capture me i'd like to see you try come dance with me she is also das eigentliche ziel und deswegen wollte sie wohl auch fliehen so so das gilt es wohl ein andermal zu klären wir müssen uns jetzt das mal drum kümmern dass hier im palast alle in sicherheit kommen tell us where is the queen of where the queen of zama is no zamian would ever betray the queen you filthy scru- scoundrels you can strike us down if you want but our spirits will never yield we'll find her eventually our guys are searching the palace then we'll teach you how to obey king anso is here we're saved i'm not too late it seems king anso we've let you down you did your best no citizen of zama got killed i'll take over now erin isn't here she must be safe somewhere in the palace you i sensed your aura near the palace but i really hoped i'd made a mistake explain yourself ngarba evu hair of the evus and my brother-in-law oh er ist der bruder von aaron na das kann ja heiß werden and so koryodan you were able to get by the guards at the entrance you've become stronger than i expected stop messing with me and answer me why are you attacking zama my father nabi sent you away to train so you could help me protect our city yet the very day i marry your sister you return as an enemy explain yourself spannende waffe and so koryodan king of zama this is a coup acknowledge my authority and you will be spared so so er will es also raus schmeißen wie heißt denn auf deutsch ich komme gerade gar nicht drauf eine revolte nein nicht revolte ja ihr wisst doch da sagen wir revolte authority you're planning to take control of zama now samian will follow you after what you've just done the king's role goes beyond mere acceptance the koryodans have lost sight of the real issues of this world you're no longer fit to lead us this world is vast too vast for the city of those without walls you dare betray and show no respect for our umoja i don't know what happened to you but your little cube stops right here as the king of zama i find you guilty of treason and i myself will mete out the justice of the ancestors to you and your army you dare judge me like your father and your precious ancestors the koryodans were always stronger in word than indeed schauen wir doch mal ob das tatsächlich so ist jetzt müssen wir unseren worten auch tate folgen lassen tate taten unseren worten auch tate folgen lassen ich bin total verrückt na gut auf geht's judging from exposure he hasn't changed his combat style he uses the rupture style with rapid and powerful attacks i have to strike when he lowers his guard i must focus my orion and face him with my legacy techniques so viel habe ich nicht oder building up your focusing or focusing on your orion ok dein orion aufzubauen bedeutet eine pure spirituelle welle auszusenden und sie dann zu fokussieren was denn focusing in dir sind also um sie dann zu fokussieren indem du die informationen benutzt die sie durchdringen was ok wenn ein krieger sein orion aufbaut und fokussiert wird die informationen die dabei die darin gesammelt ist offenbart durch die entwicklung seiner fähigkeiten ok klingt komisch sie sind außerdem auch fähig neue attacken freizusetzen ok lb drücker lb um den orion freizulassen oder nein um den den shortcut hat von der orion freizusetzen wenn es nicht bereits sichtbar ist abhängig davon welche position ein auf welcher position ein orion ausgerüstet ist kannst du den entsprechenden richtungsknopf drücken um es zu fokussieren aureonische fähigkeiten sind im aureonischen modus verfügbar äh von der standardeinstellung her hast du zwei zur auswahl die dritte ist wird freigeschaltet wenn du durch die story durchspielst oder indem du die beiden hast die du benutzt äh grundfähigkeiten sind immer noch auswählbar und können durch die kombinationen oder den linken stick plus y benutzt werden ok im aureonischen modus nehmen deine ap wer über die zeit hinweg ab wenn sie null erreichen verliert end zu sein aureonischen status und wird wieder gerät wieder in den normalen status dieser status wird Ungeladen genannt ok das kann auch erreicht werden indem wir r3 drücken für eine halbe sekunde Ok ich würde sagen das reicht an infos dann legen wir doch mal los Wie ging das jetzt? Let's get serious in garba Wondert what you were waiting for show me your legacy Auf geht's Okay Use the aureonic techniques to defeat garba scheiße jetzt hab ich schon was weggeklickt aus zu sehen Look at the combinations and answers hot below okay Keine ahnung was jetzt weggeklickt hab He's both powerful and quick. I must use penetrating hits and charged hits before I can really get going Move the left stick down or press s on the keyboard to recharge your AP immediately Wunderbar Das kriegen wir hin Ich glaube ich bin nicht im aureonischen modus oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht so richtig grad Huh You've progressed Nama has trained you well But it's not enough Come then Now find what your limits are Denn meine AP nehmen gerade nicht abstellig fest Ach doch irgendwie schon Oh Okay Okay meine stamina ist niedrig Dann sollte ich wohl mal Was nehmen dagegen Vielleicht noch was zum heilen So ich glaube jetzt sind wir ganz gut dabei wieder Gut Ich muss mich noch so ein bisschen an diesen komischen Kampfstil hier gewöhnen Das ist halt alles so ein bisschen anders und merkwürdig hier Aber Sollte machbar sein denke ich mal Okay So jetzt haben wir ihn Hatten Okay ich sollte wieder auf Heilung setzen So auch nochmal ein bisschen stamina rein Hey wir hatten gerade mehr AP als wir haben können Das ist ja auch interessant Dieser Kerl ist sehr unangenehm stelle ich fest Oh shit was geht jetzt los What in the world Oh shit ich glaube wir haben keine Chance gegen ihn What was What was that You're pathetic Anso Your Orion is still immature You haven't even built up any ultimate legacy yet Immature Orion You're a prefect Representation Representation of Zama Inward looking and ignorant of your own limits Your ancestors were exactly the same It's up to me to save us To save us from such weakness Today I defeated you before our people Submit now and acknowledge the fact that I'm the only one able to protect this city I might be beaten But I'll never submit to you Ngarba You think you're a hero You're all misplaced pride and naive idealism It's not for pride's sake I refuse to give in Ngarba In fact perhaps you're right Huh Even this morning I felt I wasn't up to my role as king Perhaps history will remember me as the king of Zama Who wasn't ready for his duties yet I don't know what work is changing you And my Orion may be weak But you and I are Orionics However You Nama taught me at least one thing When two Orionics clash Their orions resonate with the combat And show what their souls are like Our duel is an Orionic communion above all else I am here to the honor of the Koryodans And I don't submit easily on my enemies Honor? All I see is selfish pride You're ready to die for convictions You haven't even chosen yourself So be it In the name of Orionic communion I'll answer your honor with my revolution If you're ready to die for convivial Now put that on everyone If you're ready to die for accusing человека Of audi philosophers We're ready to go to practice And I'mCrash ads